Hallo, 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 bla bla bla, gleich Versprecher beim ersten Wort. Äh, hallo. Wir gehen wieder zurück. Ja, ich bin letztes Mal rausgegangen und ich habe gesagt, ich will unbedingt rausgehen und das war ein Fehler. Das war ein sehr, sehr großer Fehler, denn ich habe etwas übersehen, so wie immer. Ich übersehe immer irgendwas und das ist sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, ihr werdet gleich sehen, was ich übersehen habe. Äh, da lang. Und schön an der Wand lang. Die Angeln nicht runterfallen. Geh da ganz langsam lang. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, danke schön. Okay, wir gehen weiter, 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 weiter. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich muss jetzt nur noch die richtige Tür finden. Ich glaube, da mussten wir. Ich glaube, das war die Tür. Los, komm her, Alter, los, komm her, Digga, los, man. Okay. Geh da rauf, los, Beeilung, 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 Jo, drauf da. Äh, war ich hier richtig? Äh, dann kann ich hier erstmal Dingens auswählen. Und dann stehen wir ditte mal dahin. Äh, und dann machen wir Bäm und Bäm und tot. Und Bäm und Bäm und tot. Und schieben, 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 schieben. Und Bäm und Bäm und tot. Und Bäm und Bäm und tot. Und Bäm und... Bäm und tot. Und Bäm und Bäm und tot. Und jetzt nicht Bäm und Bäm und tot. Äh, wir sind falsch gelaufen. Okay, doch, wir mussten woanders lang. Äh, hier war ja sonst nichts, stimmt. Das ist mir vollkommen entfallen. Äh, wo war der? Äh, wo mussten wir jetzt nochmal richtig rein? Ich glaub hier... Aber da war er dann, glaub ich, nichts, oder? War hier irgendwas? Äh, äh... Möp, möp, möp. Nö, ich glaub hier war ja nichts weiter. Wir könnten ja mal probieren. Egal, wir gehen erstmal da rein. Ich werde in der Mitte durch noch. Denn da geht's ja weiter, aber da ist der Weg noch nicht. Äh, äh... Okay, das wird nix. Dann geben wir, äh... Wo war das? War das hier? Ich weiß genau, wo ich hin will. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hingekommen bin. Äh, jetzt erstmal... Radius auswählen. Und mir ist ja aufgefallen, dass das Spiel stehen bleibt, wenn wir Waffen auswählen. Und das finde ich toll. Äh, vielleicht war es ja da. Wo ich hin möchte und wo wir hin müssen. Oder, ich glaub hier müssen, dass wir da hin müssen. Äh, nein. Hm, nein. Scheiße, wo waren das jetzt so? Wir sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hm. Das war hier doch nicht, eigentlich. Obwohl. Habe ich vielleicht irgendwas noch übersehen? Wie bin ich da vorhin hin gekommen? Ich hätte nur meine Videos nochmal gucken sollen. Ah, ja. Ah. Bäm, bäm. Bäm, bäm. Aber hier war ja nichts weiter. Nichts, 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 nichts. 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 Äh. Äh. Nö. Da bin ich wohl falsch. Falsch bin ich da. Bin ich doch falsch. Äh. Scheiße, wo war das? War das hier noch? Ha, ja, natürlich war das hier noch. Oh mein Gott, bin ich doof. Ja, wir haben jetzt unsere Lanze und Bäm, wo ist das Ding? Ja, ja, wir sind so toll und ich atme schon wieder. Also ich mache... So, nein. Mikro, ganz komisch. Und... Ja. Das ist ziemlich doof. Denn das möchte ich nicht machen, denn das ist für euch wahrscheinlich nicht sehr schön. What the fuck. Die zweite Farbe ist das rote Glühen in der Popüller eines dunklen Auges. Wo viele Stühle in einer Reihe angeordnet sind, schläft das Auge. Das schlafende Auge kann nicht gesehen werden. Es glüht nur bei der Sonne. Ja. Genau. Äh, erst mal machen wir... Machen wir das Ding da an. Äh, zur Sicherheit nehme ich schon mal das Ding hier raus. Äh, wie machen wir das? Wie machen wir das? Nein! Ah, falsch! Verdammt! Ah, nein! Nein, 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 nein. Also egal, eigentlich. What the fuck? Okay. Ähm... Mal gucken, was war da? Da können wir dann lang. Äh, ja. Hoffen, dass wir nicht in irgendeine Falltür treten. Oh, es ist lang. Ein Dreieck, ein Dreieck. Wir brauchen einen Dreieckschlüssel. Dreieckschlüssel, bitte fall nicht irgendwo runter. Nein! Verdammt! Okay. Nein! Ah, die sind dann wahrscheinlich genau so, wie sie hier sind. Also müssen wir dann... ...möglichst nicht da lang. Nein! Okay, da war auch einer. Dann gehen wir mal da lang. Einfach ganz außen... ...immer außen lang. Ist sicher. Ah, hier war auch so ein Ding. Nein! Oh mein Gott. Äh, dann müssen wir davor also nochmal kurz abbiegen. Äh, jetzt hier beim letzten nochmal und... Nein! Hä? Nein! Dann müssen wir also da und dann da geradeaus und dann da in das letzte Ding. Ah ja, genau. Ha, seht ihr? Ich kann auch Rätsel verstehen. Äh, dann gehen wir hier so da lang, dann da lang, dann da lang, dann da lang. Yeah! Die dritte Farbe ist das glänzende Grün. Üppiger Blattkomposition. Worte... Das Blatt der Worte. Überdauern die Zeit. Durch ihre Einbände geschützt. W-O-R-D. Die Bücher kennen die Antwort. Aha. Also war irgendwas in der Bibliothek dann. Müssen wir da rausfinden. W-O-R-D. Die Bücher kennen die Antwort. W-O-R-D. Also gehört. Ha. Okay, dann gehen wir nochmal wieder in die Bibliothek zurück. Denn da ist dann anscheinend ein... ...des Rätsels Lösung, sage ich einfach mal. Äh, und ich merke gerade, dass ich schon wieder nicht weiß, wie lange ich aufnehme. Hm. Hier sind wir falsch. Denn wir müssen da oben wieder lagen. So wie immer. Und mein Thema da unten ist ein dunkles Auge. Da oben ist kein dunkles Auge. Hier soll irgendein dunkles Auge sein. Ein dunkles Auge. Ein dunkles Auge. Mal gucken, ist in den Fenstern irgendwas, dass man nicht sieht, wenn... ...das Ding ganz weg ist? Nein. Ah, ich mach's aber nicht so voll. So eins reicht ja eigentlich. Äh, Moment, erst mal. So. Nein, nicht das Ding an. Und so. Bam, bam, so. Reicht. Okay, gehen wir mal in die Bibliothek wieder zurück. Bibliothek? Hm. Es läuft ordentlich da lang. Yeah, du bist so awesome. Yeah. Äh, W-O-R-D. Das ist er. Zwischen Bücher ist ein Scheiter. Scheiter... Warum ist jetzt über ein Scheiter? Warum ist jetzt verdammt noch mein Scheiter überhinter? Äh, erst mal tötet ich die. Die sind ja nervig. Ähm. Ja, ist okay. Ich brauche unbedingt ein Schild oder sowas. Aber sowas gibt es ja hier nicht. Denn er hat so awesome für ein Schild. Nur nicht awesome, Leute brauchen ein Schild. Denn ich bin awesome und ich brauche kein Schild. Ich brauche kein Schild. Und. Ähm. Ich meine, dieses gescriptete Scheiße. Okay, falsch. Dann irgendwas, was mit W anfängt. Das Ding nicht. Ah. Okay. Ah, das war falsch. Okay. Dann müssen wir das jetzt anders machen. Und wir brauchen erstmal das hier. Und den.